Bis Mitte Mai können Sie in der Bürgermeisteretage des Zwickauer Rathauses die Ausstellung »Jahreszeiten« der Künstlerin Susanne Freiberger sehen. Die Zwickauerin feierte 2016 ihr 50. Lebensjahr und ist Mitglied im Kunstverein der Stadt. Motivisch orientieren sich ihre Arbeiten tagebuchähnlich an gewissen Lebenssituationen. Dabei sind derzeit florale Anlehnungen menschlichen Eigenschaften und Befindlichkeiten gleichgesetzt. Kleinere Arbeiten und Drucke von Susanne Freiberger zum Thema »Heimat« werden über den Jahreswechsel im Kabinett der Galerie am Domhof zu sehen sein. Weiterhin vier neue Lithographien mit Blick auf Zwickau.